Guten Tag. Ich suche die Lindenblütenstraße. Wissen Sie, wo ich da hinfahren muss? Ich möchte dort eine Freundin besuchen, die erst vor kurzem dort hinbezogen ist. Und ich habe Angst, dass ich mich ein wenig verfahren habe. Sie sind wohl nicht von hier. Ja, deshalb frage ich nach dem Weg. Warten Sie doch bitte. Wo laufen Sie denn hin?